Dieser Coin hat 10x Potenzial. Silica ist der schlafende Riese. Und warum das so ist und welche Fakten dafür sprechen, erfahrt ihr, wenn ihr dieses Video bis zum Ende durchguckt. Herzlich willkommen bei der Real Value Society. Wir zeigen euch, wie wir mit Krypto echte Werte schafft. Ja, herzlich willkommen und heute gucken wir uns einen ganz besonderen Coin an. Wir wissen ja, Ethereum Erfolgsgeschichte, Cardano Erfolgsgeschichte, Solana Erfolgsgeschichte, das sind alles Layer Ones, das sind alles Smart Contact Chains. Und es gibt eine Chain, die hatte auch schon im April, im Mai eine gute Zeit, ist jetzt aber total zurückhängend und von den Fundamentaldaten her absolut nicht gerechtfertigt. Und es geht um Silica. G, seien wir ehrlich, wir suchen alle den 10xer innerhalb der Top 100 und meiner Meinung nach ist dafür Silica ein ganz, ganz heißer Kandidat. Wir werden euch heute auch zeigen, warum. Wir sind aber keine Finanzberatung. Absolut, das sind nur unsere Ideen, unsere Meinungen. Es geht um Informationen, nicht um Finanzberatung. Trefft eure eigene Anlageentscheidung, aber nutzt natürlich gerne unsere Informationen. Und wenn es euch gefällt, gebt uns auch ein Like und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt lasst uns anfangen, wir gucken auf den schlafenden Riesen Silica. Ja, die Smart Contracts, Blockchain sind ja dieses Jahr schon ziemlich durch Decke gegangen. Du hast hier nochmal eine schöne Matrix aufgebaut. Genau, wir haben vier Bereiche, die wir identifizieren. Wir haben führende Coins, wir haben also die, die aktuell berichtig die Pays machen, die an Kursmessen zulegen, die auch die meisten Schlagzeilen kriegen. Das ist ganz klar natürlich Ethereum, Solana, auch Binance, Binance Chain krass zurückgekommen und Luna. Ja, das sind sicherlich die, die momentan führend sind. Dann haben wir die, die sich auch stark daran arbeiten, dass sozusagen die sich verbessern, die also kurz davor sind, in dieses recht oben Quadranten zu kommen. Ja, und das waren ja eigentlich bis auf Polkadot jetzt vielleicht auch Blockchains, die man noch nicht so sehr auf dem Schirm hatte und die jetzt wirklich den großen Move, einen großen Move gemacht haben. Genau. Nicht ganz oben dran sind, aber sie haben schon mal einen Sprung gemacht. Absolut, da wäre ein Avalanche zu nennen oder hier auch mit dem blauen Logo Phantom oder schwarz-weiß Elrond, die auch sich stark verbessert haben jetzt. Und das ist halt genau, wie du sagst, die Chance, wenn man etwas identifiziert, was in einem der unteren Quadranten ist. Da sollte man idealerweise nach links unten gucken, nicht nach rechts, weil die, die gerade etwas schwächer werden, brauchen vielleicht länger. Das ist jetzt zum Beispiel Cardano, super Chain, aber braucht länger. Und jetzt haben wir eben zwei, die zurückhängen, die man nennen kann. Und da ist Silica ein Favorit, Tron wäre ja noch zu nennen, auf den schauen wir aber nicht. Wir gucken ganz massiv auf Silica, weil der hat ein großes Potenzial unserer Meinung nach, fundamental super, wenn wir euch zeigen warum, aber eben auch vom Kurspotenzial massiv. Und die Logik ist dann, dass der in den nächsten Quadranten kommt, sich verbessert und vielleicht sogar irgendwann mal die Aufmerksamkeit ganz stark büttet. Dieser Sprung, dieser Sprung, den jetzt diese Improving schon gemacht haben, der sollte bei Silica eigentlich kommen. Genau, und der geht einher mit einem großen Kursschub. Und da sehen wir mal auf den Kurs, wo stehen wir aktuell. Jetzt, wo Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, kann man sehen, in Euro etwa 9,5 Cent oder 1,2 Milliarden Market Cap. Und in US-Dollar sind es knapp 11 US-Dollar Cent, 10,9 und knapp 1,4 Milliarden Market Cap. Und gerade so in Top 100 drin. Genau, immer Top 100 mal knapp drin, mal knapp draußen. Er war mal viel weiter. Er war mal viel weiter, genau. Aber wir gucken mal, was hat der für eine Historie. Und da gucken wir mal auf den Chart seit einem Jahr, also von November zu November. Und da sieht man Silica, das hier ist jetzt gegen US-Tether. Da sieht man im März, im April und natürlich im Mai nochmal, auch als Bitcoin sein erstes großes All-Time-High 21 gemacht hat. Da war er sehr stark. Da waren also in der Spitze bis zu knapp 25 US-Dollar Cent drin. Und dann hat er stark abgebaut und hat sich dann auch in der Flaute nicht so gut entwickelt wie andere. Jetzt sieht man, haben wir hier mal mit dem Strich gekennzeichnet, ist seit Mitte Oktober, Anfang Oktober ein Aufwärtstrend zu erkennen. Immerhin seit dem Tief vom Juli hat er 110 Prozent schon gut gemacht. Also okay, aber er hat extrem viel Luft, vor allem wenn man sieht, wo der mal war. Aber jetzt gucken wir doch mal. Und Jay, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was sagen über Silica? Was ist denn das überhaupt? Was macht denn diese Chain aus? Also das Verrückte ist ja tatsächlich, dass die Programmierer von Silica wirklich der Meinung sind, sie haben da mit dieser Blockchain einen ganz großen Wurf gemacht. Also Silica kann unheimlich viel. Sie sind unheimlich schnell. Sharding können sie machen. Das heißt, sie verteilen die Transaktionen auf verschiedene Chains innerhalb der Blockchain. Also Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Absolutes Speedmaster, wenn es wirklich auch so aufgeht. Sie machen DeFi, sie machen NFTs, sie machen eigentlich alles, was alle anderen auch machen und können. Und sie machen es vor allem schon ziemlich lange. Und es ist eine Blockchain, die nicht aus den USA kommt, sondern aus Singapur, aus einem ganz anderen Kontinent. Und die hat da glaube ich auch politisch gutes Backup. Das heißt, die werden von Universitäten und von der Regierung auch gefördert. Also Silica ist tatsächlich entstanden aus dem akademischen, die haben akademischen Hintergrund. Und die kommen aus einer Universität und da ist auch dieser Peer-Review-Kontext da. Eine Chain, die das wirklich ernst meint. Fundamental. Also richtig starkes Projekt. Ja, starkes Projekt. Und ein Aspekt, der ja auch für so einen Kurs immer wichtig ist, das sehen wir hier. Das ist, man kann ihn also auch staken, den Coin. Und hier etwa 31 Prozent verfügbaren Coins sind auch gestaked. Was natürlich nicht schlecht ist, ein Volumen von über 500 Millionen US-Dollar. Genau. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Silica interessant ist. Und vor allen Dingen einer ist, wie du gerade sagst, auch das Staking. Genau. Was kommt denn dabei rum? Können wir mal gucken. Hier in US-Dollar, wenn man mal 5000 Dollar in Silica staken würde. Die Rewards mit 13,8 Prozent. Sehr ordentlich. Meine verglichen, Cardano wirft 5 Prozent ab im Staken. Solana 7 Prozent. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ordentlich. Also auch ein Projekt, in das man investiert bleiben kann, wenn man will, um einfach Staking-Rewards mitzunehmen. Aber wir sprechen vor allen Dingen darüber, weil das eben großes Potenzial hat. Und ein wichtiger Schub könnte kommen über institutionelle Investoren natürlich. Genau. Da gab es eine wichtige Nachricht, nämlich das Valkyrie Digital Assets. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr zuletzt wegen der Bitcoin-ETFs gehört habt, dass Valkyrie hat auch ein ETF für Bitcoin angemeldet. Also ein großer Investor. Aber der hat jetzt auch gesagt, er will ein sogenanntes Investment-Vehikel für Silica speziell. Er hat sechs angemeldet und eins speziell für Silica, fünf für andere Coins. Das ist ein super Zeichen, weil da können ein paar Millionen, vielleicht sind es 20, vielleicht sind es 50, vielleicht sind es aber 100 Millionen, die dann in Silica fließen. Das können einen richtig großen Push geben. Das ist ein gutes Zeichen, weil Silica eben auf Platz 100 ungefähr vom Market Cap ist jetzt nicht so ganz im Fokus von allen. Und wenn die jetzt sagen, hey, das ist spannend, erkennen die vielleicht, was wir auch glauben zu erkennen, nämlich, dass die Nachholpotenzial haben und das könnte gewaltig sein. Und warum das gut begründet ist, da haben wir euch jetzt was zusammengestellt. Es gab nämlich einen Ecosystem-Report jetzt, den wir euch mal in Auszügen zeigen. Kann man sich runterladen bei Silica. Der ist sehr, sehr spannend. Bringen die relativ regelmäßig, was ich auch toll finde. Genau, für jedes Quartal, glaube ich. Und wir gucken mal an, wie hat sich denn eigentlich jetzt die Nutzung und die Transaktionen entwickelt? Wächst denn das Netzwerk überhaupt? Man sieht hier auf der linken Seite, die Transaktionen sind gestiegen um 39,2 Prozent. Das ist schon mal ordentlich. Und auf der rechten Seite sehen wir auch, dass die Wallets zugenommen haben um 22,5 Prozent. Also das Ecosystem wächst auf jeden Fall. Von 2 auf 2,5 Millionen knapp. Also es gibt eine Menge Wallets, eine Menge Adressen. Das ist ein gutes Zeichen, weil ein Ecosystem muss natürlich wachsen. Und gerade wenn wir sagen, es soll noch Potenzial abwerfen, dann ist das ein wichtiger Faktor. Und wir können auch mal gucken, wie hat es sich entwickelt mit dem Total Value? Also was ist an Geld eigentlich? Was ist an Werten auf der Chain? Ja, und da ist auch was dazu gekommen. Man muss dazu sagen, viel ist bei Silica auch beim Total Value lockt noch nicht. Aber da ist halt super viel Potenzial da. Und auch hier 34,5 Prozent. Es geht weiter nach oben. Wachstum von Quartal zu Quartal. Und man darf ja nicht vergessen, Q2 zu Q3, das war genau Q2, ist zu Ende im Juni. Ende Juni. Die Flaute hatte im Sommer 2021, da haben die halt trotzdem zugelegt. Das ist ein gutes Zeichen. Genau, und jetzt die Frage, woher kommt das Geld? Genau, wo kommt das Geld? Oder wo kommt das Volumen her? Also ein Ding ist, dass jetzt tatsächlich auch eine Bridge gebaut worden ist zwischen Ethereum, Ecosystem und Silica. Das ist auch super, weil jetzt... Extrem wichtig. ...Kollen rüberkommen können. Genau. Da können die auch in Lickpools reingemacht werden. Das ist für DeFi super interessant. Ja klar. Das ist eine große Sache. Das aller, allermeiste Volumen immer noch ist auf Ethereum. Mit Abstand, ja. Genau, mit großem Abstand. Und deshalb ist es so wichtig, so eine Bridge zu haben. Und natürlich auch aus Silica wieder rauszukommen. Da könnte man auch theoretisch wieder in Ethereum rein. Also ein ganz entscheidender Punkt. Die Sil-Bridge funktioniert und die hat natürlich dafür gesorgt, dass viele Projekte loslegen konnten. So, G, und jetzt kommt der absolute Hammer meiner Meinung nach. Wie stark die sind, sieht man jetzt genau jetzt. Nämlich unheimlich viele Projekte gibt es schon bei Silica. Absolut. Hier mal so ein kleiner Blick, das werdet ihr jetzt nicht im Detail erkennen können. Es ist auch eine Grafik von August, glaube ich, mit einem Ausschnitt aus dem Ecosystem inzwischen auf über 200 Projekte angewachsen. Am bekanntesten darunter wahrscheinlich J... X-Cat. X-Cat. Genau, X-Academy. X-Academy genannt. Genau, für YouTuber interessant. Genau. Ads können verlinkt werden sozusagen mit Rewards über Silica. Genau, über Krypto-Rewards für YouTuber interessant. Aber die Sil-Bridge hat natürlich dazu geführt, dass in Projekte viel mehr Geld reingeflossen ist. Auch Projekte, die jetzt hier vielleicht noch nicht drauf sind. Eins wollen wir auf jeden Fall mal ganz kurz angucken, weil das könnte so ein Leuchtturmprojekt werden, was es braucht. Schau mal hier. Ja, und das ist, man kann auch Games machen auf Silica. Also Silica kann wirklich alles. Und Blocks. Schnell und günstig auch, genau. NFTs haben wir auch schon erwähnt. Und hier werden jetzt Gaming und NFTs verbunden und zwar mit keinem geringeren Spiel als Minecraft. Das heißt, hier ist ein Multiplayer wird entwickelt von Silica. Also Blocks heißt der Token, der das macht. Und da kann man tatsächlich NFTs innerhalb von Minecraft finden. Und das ist natürlich wahnsinnig, wie viel Potenzial da drin ist. Und das ist nicht das einzige Spiel, was sie haben, wo sie dran basteln. Aber alleine das Ding, finde ich, wenn das mal durch die Decke gehen würde und könnte. Und da kommen wir mit auch gleich zu den Pros sozusagen. Also so viel Potenzial ist da. Unfassbar bei Silica. Ich sehe die 10X auf jeden Fall. Das ist großartig. Also der Coin hat wirklich noch Luft, weil das ganze Ecosystem wächst. Und wie ihr hier sehen könnt, auch in Richtung NFTs geht einigens. Nicht nur über Blocks, sondern auch andere NFT-Projekte, die auf Silica jetzt kommen. Weil Silica natürlich extrem niedrige Gebühren hat, sehr schnell ist. Und insofern dafür natürlich auch für NFT-Trading oder auch für NFTs in Games prädestiniert ist. Ja, schauen wir mal auf dieses Pro und Contra. Ja, vielleicht magst du mal mit den Pros loslegen. Schnelltransaktionen, hohe Skalierbarkeit, Sharding, was Ethereum jetzt auch macht. Staking Roads, eigentlich alles Dinge, die wir schon gesagt haben. Support aus Singapur. Aber ich frage mich wirklich, Chi, warum ist Silica noch nicht so viel weggegangen? Also das frage ich mich wirklich. Was sind die Kontrasts? Genau, da kommen wir ein bisschen zu den Kontrasts, woran es liegt. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Es sind nicht fundamentale Kontrasts, sondern es sind eher situationsbedingte Kontrasts. Und da wollen wir mal drauf schauen. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein relativ geringes Kapital auf der Chain. Ja, wo Geld, wo Kapital ist, kommt Kapital dazu. Das wird attraktiver, wenn mehr da ist. Klar, dann kommt anderes, weil es auch mehr Sicherheit bietet. Und kleine Pools können schneller kippen als große Pools. Also das ist so ein Thema, wenn mehr dazu kommt, ist es attraktiver. Und jetzt auch ein absoluter Grund, warum es noch nicht so weit ist, Marketing und Bekanntheit. Man muss da wirklich sagen, es kommt aus Singapur. Es hat nicht so viele Influencer, die es sozusagen unterstützen. So gut wie gar nicht eigentlich. Sie sind halt momentan noch eher auf dem asiatischen Markt präsent. Es braucht mehr Bekanntheit, mehr Marketing in Europa und in den USA. Dazu fehlt auch noch so ein D-App, so ein Erfolgsprojekt, so ein Leuchtturm. Das könnte vielleicht mit Blocks kommen, weil Minecraft ist natürlich riesig. X-Cat auch eventuell. X-Cat eventuell. Aber auch andere Sachen. Das ist etwas, was sicherlich dem hilft. Und dann institutionelles Investment ist klein. Wir haben gezeigt, da ändert sich demnächst was dran, wenn der Valkyrie auch investiert. Und das ist etwas, was hoffnungsfroh stimmt. Insofern, die Contras sind alle, wenn man es so will, nicht fundamental, sondern aus der Situation. Und deshalb sind wir sehr bullisch auf Silica und glauben, dass es ein großes Nachholpotenzial hat. Aber hat es wirklich 10x, Chi? Wollen wir da mal wirklich nachgucken? Das wissen wir am Ende auch nicht genau. Wir haben aber mal ein paar Überlegungen angestellt. Da gucken wir gleich drauf. Wir würden uns übrigens freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt. Seid ihr in Sil investiert? Wie denkt ihr über Silica? Habt ihr auch Prognosen dafür? Oder wie ist eure Einschätzung? Fänden wir total spannend. Schreibt das einfach in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. So, und jetzt gucken wir mal eben auf das Potenzial und die Perspektive für Silica. Wir haben ein bisschen mit dem Charts experimentiert. Ihr seht hier den klassischen Chart, wie wir ihn vorhin gesehen haben, im aktuellen Stand. Zum Zeitpunkt, wo wir dieses Video aufnehmen, der Coin in US-Tether, knapp unter 11 US-Dollar Cent. Wenn man jetzt aber diesen Chart nicht in dem klassischen Skalierungsmodell anguckt, sondern sich logarithmisch anguckt, also wo die einzelnen Abstände nicht fortlaufend sind, also 1, 2, 3, 4, sondern 10, 100.000, womit man größere Abstände besser angucken kann und damit auch besser Dinge transparent macht in Charts. Dann kommt man zu einem ganz anderen Chart. Der sieht dann so aus. Und das ist das Interessante, weil wenn man da drüber einen Kanal legt, dann sieht man untere und obere Begrenzung, innerhalb derer sich der Kurs nämlich seit Anfang 2020, eigentlich seit dem Corona-Crash bewegt. Und das gibt uns eine Perspektive. Schaut mal her. Das ist dieser Kanal. Untere Begrenzung, Corona-Crash, seht ihr da, Ende März 2020. Dann jetzt nochmal im Juli dieses Jahres getroffen. Der ist innerhalb dieses Kanals an der unteren Begrenzung. Er hat die bisher nicht gerissen, sieht auch nicht danach aus. Er hat viel Luft nach oben. Gucken wir uns mal einen anderen Coin an, der schon einen riesen Run gehabt hat und sehr gut dasteht. Als Beispiel, nur um das Verhältnis mal zu schauen, wo Silica relativ steht. Das hier wäre mal Avax, Avalanche mit einem ähnlichen Kanal, auch ungefähr mit der Begrenzung. Er hat ein bisschen überzogen und ein bisschen nach unten geschnitten mal. Aber ihr seht, der ist schon oberhalb der 50-Prozent-Linie. Das heißt, der hat auch noch Luft, aber tendenziell hat der schon viel von seinem Run gehabt. Sieht man an diesen riesen Linien, die er da hatte, diesen riesen Sachen. Kurz vor September, Ende August, da hat Avalanche natürlich riesig zugelegt. Und jetzt zurück zu Silica. Genau dieser Sprung fehlt bei Silica noch. Der kann aber noch kommen und wenn wir den dann weiterdenken und der kommt im oberen Bereich dieses Kanals an, dann haben wir eine Zielzone, die liegt mal locker bei 60 bis 90 US-Dollar-Cent. Wenn er ein bisschen überschießt, auch mal bei einem Dollar. Ja, also dann sind wir doch knapp bei unseren 10X. Genau, und das wollen wir mal ein bisschen aufdröseln. Wie könnte es aussehen? Market Cap und Chance haben wir es genannt. Hier oben links nochmal altes oder aktuelles All-Time-High. Wenn wir also vom jetzigen Stand uns verdoppeln, dann haben wir noch nicht das All-Time-High rausgenommen, sind aber dicht dran. Dann haben wir aber immerhin schon 2X gemacht von jetzt. Und da haben wir noch nicht das alte All-Time-High rausgenommen. Dann wären wir, wenn wir uns, dann wären wir aber auch, wenn ihr euch an den Trendkanal erinnert, das All-Time-High war einer oberen Begrenzung, dann wären wir jetzt noch nicht mehr an der Mitte. Also da ist ganz viel Luft. Und jetzt können wir das mal hochspinnen. Bei 3X oder bei 5X, das können wir uns ja mal raussuchen, bei 5X hätte er einen Market Cap von 7 Milliarden. Da wäre er bei, keine Ahnung, Marktkapitalisierung Platz 50, 60 oder so. Das ist noch gar nicht so irre viel. Wäre auf Augenhöhe mit Elrond und hätte dann fast 50 Cent gemacht in Euro oder 54 US-Dollar. Und bei 10X, hier rot eingerahmt, dann würde er knapp aufschließen mit Avalanche. Avalanche ein bisschen weiter noch sogar. Aber dann hätte er 14 Milliarden Market Cap, was denkbar ist, weil Smart Contact Chains haben solche Entwicklungen hingelegt. Und dann wäre er eben bei dem gesagten Dollar bzw. in Eurocent knapp dran. Damit würde er an den Top 10 kratzen. Ob es wirklich so weit kommt, wissen wir natürlich nicht. Entschuldige, ich glaube Top 20 wäre er. Naja, Avalanche ist ja jetzt. Das ist Platz 13 oder 14. Okay, kratzen. Er steht vor der Tür, sagen wir mal so. Einverstanden, da bin ich bei dir. Nee, aber das wäre auf jeden Fall ein Riesen-Move. Wir wissen nicht, ob es so kommt. Natürlich gehen andere Coins, wenn es insgesamt weitergeht. Gute Markt auch hoch. Das heißt, dass Silica relativ gesehen wahrscheinlich gar nicht in Top 20 käme. Aber das ist auch egal. Interessant wäre halt das Potenzial, was wir haben. Und deshalb haben wir es eben auch den schlafenden Riesen genannt. Das Verrückte finde ich, Chi, so viel Volumen muss gar nicht reinkommen, damit er diese Sprünge macht. Und bei dem Fundament, Minecraft, X-Cat und dem ganzen Ecosystem, die Bridge. Also ich wiederhole mich jetzt bloß. Ja, dazu starke Staking-Rewards, technisch gutes Fundament. Wenn es noch am Marketing ein bisschen zulegt und ein Leuchtturmprojekt dazukommt, dann kann Silica wirklich der Überraschungskoin, die Smart-Contract-Lösung sein, die jetzt nochmal richtig zulegt und jetzt im letzten weiteren Verlauf des Bullruns nochmal sehr, sehr positiv nach oben ausreißt. Wir hoffen drauf, wir geben auch ganz offen bekannt, wir sind beide auch investiert in Silica mit unterschiedlichen Positionen, bisschen kleiner, bisschen größer. Aber natürlich, wie wir das schon gesagt haben, keine Finanzberatung, macht euren eigenen Research. Wir hoffen, dass wir euch hiermit eine gute Empfehlung geben konnten und gute Einblicke geben konnten in Richtung, was dieser Coin-Fan-Potenzial hat. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr uns für dieses Video einen Daumen hoch gebt und wir wünschen euch natürlich, dass ihr safe tradet. Und bleibt der Blockchain treu. Bis nächstes Mal.